Ich denke, du machst einen großen, großen Fehler. Was? Tu's bitte nicht. Wovon redest du? Du fandst die Idee doch gut. Du meintest doch, du wolltest mir helfen. Scheiß drauf, wir machen das jetzt. Voll lächeln. Warte mal. Wofür benutzt du den sonst so? Meine Haare? Ein Tumor? Ja. Bei mir? Ja. Hey, das macht jetzt echt keinen Sinn. Ich meine, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Richtig, trenn den Müll. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich je so ruhig und gelassen war. Würden Sie dieses Gefühl vielleicht als Benommenheit bezeichnen? Nein, ich würde es als gut bezeichnen. Ich ziehe bei dir ein. Na, Mom, bitte. Ich bin deine Mutter, Adam. Das ist es ja. Hallo? Hi, hier ist Adam. Was ist denn los? Oh, ich habe nur einen Nervenzusammenbruch oder so. Wie stehen deine Chancen? Etwa 50-50. Gar nicht schlecht, im Casino wäre das eine super Gewinnchance. Und du glaubst also wirklich, ich kriege eine Frau rum, wenn ich ihr von dem Krebs erzähle? Zum hunderttausendsten Mal, ja! Ich habe Krebs. Fehler, Riesenfehler. Das klingt irgendwie uncool. Völlig bizarr. Es kommt einfach nicht gut rüber. 50-50. Freunde fürs Überleben.